Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch, 10. Oktober Und indem der königliche Beamte hinabging, begegneten ihm seine Knechte und verkündigten ihm, dein Kind lebt, und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Johannes 4, Vers 51 und 53 Lassen wir mal unsere Fantasien wenig spielen. Wenige Monate später war im Hause des Hohen Beamten eine große Gesellschaft versammelt. Bald kam die Rede auch auf Jesus, von dem damals alle Welt sprach. Einige Kollegen des Beamten verzogen Spötti Schereminen, Ach, dieser Jesus beschäftigt sich doch nur mit primitiven Menschen. Die ganze Sache ist doch nichts für Gebildete. Andere meinten, wahrscheinlich übertreibt das Gerücht über Jesus ganz mächtig. Einer wurde vielleicht sogar ärgerlich. Dieser Jesus behauptet, in ihm sei Gott zu uns Menschen gekommen. Welch ein Wahnsinn! Im Hintergrund saß der Sohn des Hausherrn und lächelte. Einer der Gäste bemerkte das und fragte vertrisslich, Warum lächelst du, wenn gescheite Leute reden? Darauf sagte der Junge ganz einfach, Ich glaube an Jesus, denn er hat mich vom Tode errettet. So geht es allen wahren Christen in der Welt. Sie müssen sich viele gescheite Worte über Jesus und das Christentum anhören. Und sie können gar nichts dagegen setzen, als ihr schlichtes Zeugnis und ihre Erfahrung. Er hat mich vom Tode errettet. So lautet das Zeugnis über Jesus in der Bibel. Es kommt nicht darauf an, was für eine Meinung wir über Jesus haben. Es kommt vielmehr darauf an, dass wir seine Errettung an uns selbst erfahren. Herr, wir danken dir für dein erfahrbares Heil. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich.